Die aktuelle Energie, das will sich jetzt zeigen in deiner Situation. Das ist Thema bei dir. Und zwar eine Seelenliebe, also eine Person. Es geht bei dir aktuell um ein Gegenüber. Spannend. Was gibt es denn zu diesem Menschen zu sagen? Liebes Universum, ich bitte um klare Botschaften, klare Botschaften. Es geht um eine Seelenliebe, die nicht gelebt werden kann, da jemand, also du oder aber dein Gegenüber, Geschlechter spielen keine Rolle, noch sehr gebunden sind. Das kann etwas sein, was dem Ego zugeschrieben wird. Zum Beispiel ans Geld gebunden, an eine Partnerschaft gebunden, die man vielleicht nur noch hat, dem Rufe wegen. Oder aber anderen Gedanken gegenüber gebunden ist. Zum Beispiel habt ihr einen Altersunterschied und man sagt, nee, was denken die Leute dann von mir? Das ist ja ein sehr Ego-lastiges Denken. Also hier sind zwei Seelen, die wollen zueinander, finden aber aktuell nicht zueinander. Und du sollst hier vielleicht wissen, warum, ja, warum das Ganze mit diesem Menschen kaputt gegangen ist. Nicht, weil dort keine Gefühle waren. Nicht, weil eure Seelen sich nicht lieben. Sondern, weil das Ego, vielleicht auch euer Beider-Ego, dazwischen gefunkt hat. Eine Seelenliebe, das ist ja wirklich was höchst Spirituelles. Das Ego ist so ziemlich genau das Gegenteil davon. Also diese Seelenliebe, diese Verbindung hier, dieser Mensch, mit dem du da in Verbindung stehst. Ihr habt den Wert oder den Kern, den Plan eurer Verbindung hier noch gar nicht so ganz auf dem Schirm kommt mehr rein. Ja, die Karten wollen euch hier wirklich zeigen, hey, ihr gehört eigentlich zueinander. Guckt mal, da fällt das Schicksal. Auch was sehr Spirituelles, ein sehr spiritueller Gedanke. Schicksal. Das, was euch da widerfahren ist, diese zwei, die sich eigentlich total lieben, die es aber nicht geschafft haben. Diese Verbindung ist kaputt gegangen, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Alles passiert, weil es passieren soll. Und alles passiert für dich. Anscheinend, mir kommt hier wirklich gerade rein, dieses Rad muss sich nochmal eine Runde drehen. Ihr dürft quasi eine Ehrenrunde drehen, um zu lernen. Das ist wie in der Schule. Hast du irgendwas vergessen? Hast du was falsch gemacht? Hast du Blödsinn gemacht? Was ist? Du bist nachsitzen, damit es dir eine Leere ist. Ja, ihr habt es nicht gepackt in dem Sinne. Und jetzt sitzt ihr gerade nach, ganz alleine. Vielleicht mit einem blöden Gefühl. Ja, das Universum hat gesagt, das wollen wir so. Welche Energie liegt denn auf dieser Seelenliebe? Wir haben jetzt hier schon mal so den Grundsatz. Und da schaust du mal, ob du hier in Resonanz gehst. Wenn du sagst, nö, mein Seelenpartner, der ist bei mir, alles supi. Dann ist das wahrscheinlich nicht deine Legung heute. Und für alle anderen, ihr fühlt mal rein, wer in Resonanz geht. Ja, ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Ich habe das Gefühl, das ist das Universum, was hier zu dir spricht. Ja, es spricht zu dir. Du kannst noch nicht alles sehen in Bezug auf diesen Menschen. Du siehst nur das, was im Weltlichen, im 3D, in der Ego-Energie gerade da ist. Was du anfassen kannst, wie dieses Herz. Das ist jetzt da. Aber die Energie, die hier im Raum ist, davon spricht keiner. Weil man kann die ja nicht sehen. Man kann die ja nicht anfassen. Finde ich immer ganz faszinierend. Und die Menschen sagen immer, wie Energie und diesen ganzen Hokuspokus. Beim WLAN, ja, beim Internet sagt keiner Hokuspokus. Also die WLAN-Strahlen, die man nicht sieht, die kann man auch nicht anfassen. Und trotzdem glaubt jeder daran, dass es Internet gibt. Warum? Weil man durch die Internetseite, die man öffnet oder die App dann sieht, die Bestätigung bekommt. Das gibt es. Ich merke schon, das ist ein sehr großes Thema, was jetzt hier angeschnitten wird. Du siehst quasi diese WLAN-Strahlen gerade nicht, die hier in eurer Verbindung herrschen. Du siehst nicht, was das Universum für euch beide hier vielleicht noch bereithält. Du siehst jetzt gerade nicht, dass hier schon bald wieder Begegnung ansteht. Da euer Seelenplan noch nicht erfüllt ist. Im Grunde sitzt ihr gerade nach. Du auf deiner Schulbank, er auf seiner Schulbank des Lebens. Da hat euch das Universum jetzt hingesetzt und jetzt sitzt ihr da bockig an eurem Tisch und sagt, na toll, hat nicht geklappt mit uns beiden. Blöd, 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 blöd. Dass das aber alles gerade eine Lektion ist, das darf gesehen werden. Ja? Es ist nicht umsonst kaputt gegangen mit euch. Es war Schicksal. Und du hast noch gar keine Ahnung, was da alles auf dich zukommt. In Bezug auf diese Seelenliebe, liebes Tarot, ich hätte gerne klare Botschaften. Gerne kann ich auch mal für euch privat legen, falls das mal spannend ist. Ich biete dir auch private Legungen an. Entweder zwei Fragen oder auch ein großes Seelenpartner-Orakel. Könnt ihr bei lovelysun.de buchen. Das ist meine Website. Falls ihr da mal so spezielle Antworten haben möchtet, auf eure Fragen. Da ist es ja bei jedem auch was anderes. So. Der Turm. Ja, hier hat es geknallt. Ratatatam hat es gemacht. Ja? Der Turm, der da stand, ist kaputt gegangen. Durch einen Blitzeinschlag. Kaputt gegangen. Genau wie dieses Riesenrad. Ja? Hier ist es ein Turm, hier ist es ein Riesenrad. Beide, beide... In beiden Fällen ist es vermeintlich kaputt gegangen. Aber, wovon spricht der Turm im Tarot? Etwas geht kaputt, damit es weichen kann. Ja? Dann wird es abgerissen, damit etwas Neues kommen darf. Und hier steht etwas Neues bevor. Dir steht etwas Neues bevor. Ja? Hier will etwas Neues in dein Leben kommen. Und du hast noch keine Ahnung. Weil du kannst ja nicht in deinen Schleier gucken. Du siehst nur, ja, das wurde mir jetzt weggenommen. Jetzt bin ich bockig. Wofür das alles gut ist, das siehst du nicht. Harmonie und Balance. Die Mäßigkeit hat sich gezeigt. Dein Leben wird ruhiger. Dein Leben wird... An so einen Punkt kommen, wo du endlich sagst... Oh mein Gott, ne? Endlich. Endlich. Das ist wie wenn du die ganze Zeit durch den Schneesturm gegangen bist. Und dann kommst du rein. Ah, ins warme Wohnzimmer. Der Kamin ist an. So ein Gefühl kommt mir da durch. Ja? Sowas erwartet dich. Aber du siehst es noch nicht. Was noch? Warum musste dieser Turm weichen? Was hat es mit dieser Seelenliebe auf sich? Kontakt. Ach, der Stäbe. Hier kommt irgendwas auf dich zu. Oh, oh. Ich wusste es schon, bevor dir diese Karte gefallen ist. Die 8 der Stäbe, das ist so ein Event, das kommt. Zum Beispiel eine Nachricht, die du gesendet bekommst. Ein Brief, der zu Hause reinflattert. Eine E-Mail, die dich findet. Da ist ein vielleicht auch Event in deinem Leben. Ja? Zum Beispiel, weiß ich nicht, eine neue Immobilie, ein neuer Job. Da kommt jetzt ganz boom, rasant etwas auf dich zu. Es kann auch eine Nachricht sein von deinem Gegenüber, ja? Die dich jetzt findet, dass dieser Mensch dir eine Nachricht... Oh. Nachricht schreibt. Zähne Münzen ist die Beziehung. Manchmal muss was Altes, Ruckeliges, Rackeliges erstmal gehen, ja? Weichen, damit der Platz frei wird und damit dann etwas Neues erbaut werden kann. Eine alte, zerrüttete Phase von euch beiden weicht jetzt für die 10 der Münzen. Das ist das Next Level, was euch erwartet. Das hier ist zum Beispiel die Jugendliebezeit gewesen. Ihr als Teenager, ja, der Turm war ein bisschen wackelig. Dann gab es einen dicken, fetten Streit, ja? Und dann war es vermeintlich kaputt zwischen den beiden, ja? Aber die Jugendliebezeit, die vergessen wir jetzt. Ihr wart getrennt voneinander. Es hatte alles seinen Sinn. Ihr habt die Schulbank des Lebens gedrückt, um zu wachsen und zu lernen. Und jetzt sind die beiden bereit für die Zähne Münzen. Und das ist wirklich so ein Ankommen im Leben. Ja, vielleicht sogar Kinder bekommen, Haus mit Hund. Ja, so dieses Typische. Die Zähne Münzen ist eine Beziehung, die offiziell gemacht wird. Und die steht übrigens auch für die Ehe, ja? Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich hier transportieren möchte. Und diese Karte findet dich. Das sind quasi hier diese Stäbe, die so auf dich zugeballert kommen, ja? Also, die Zähne Münzen steuert in diesem Moment, wo du das Video schaust, eine feste Partnerschaft steuert hier quasi auf dich zu. Ich höre, es kommt auf dich zu. Aber du siehst es nicht wegen dem Schleier, ja? Für dich ist gerade dein ganzes Liebesleben ein Geheimnis, ja? Also, du denkst dir, weiß ich nicht, kommt hier nochmal was, ja? Aber die feste Partnerschaft wartet quasi auf dich. Ich hätte jetzt gerne mal eine Botschaft der Engel auf diese Situation. Ja, heute machen wir das mal früher. Die ganze Legung heute ist ein bisschen anders als sonst, merkt ihr das? Das war mir schon klar, bevor ich angefangen habe, dass hier, ihr wollt sich heute irgendwas zeigen. Liebe Engel, welche Botschaft? Warten. Du hast gewartet. Du hast lange gewartet. Du hast eigentlich gar keinen Bock mehr zu warten, sagen die Engel. Ich liebe diese Karte, die ist so wunderschön. Du hast eigentlich keine Lust mehr, aber das Warten zahlt sich aus. Das Warten zahlt sich aus. Oh nein, schaut mal, wen ich unter dem Deck habe. Den König der Kirche. Ja. Ein Mann, der liebt. Und das ist kein Junge und auch kein Teenie, der liebt. Das ist ein Mann. Wir haben einen König. Das ist genau die Karte, die man braucht für den hier. Für den Part von den Zähnemünzen. Einen Mann, der weiß, dass er jetzt in eine Beziehung gehen möchte. Das ist ein Mann, der ist auch bereit, Kinder zu zeugen. Der ist bereit, zu heiraten. Der ist bereit für Liebe, für Partnerschaft. Und der will sich jetzt zeigen in deinem Leben. Du hast gewartet, ja. Das ist so ein Amen, kommt mir rein. Ja. Du hast auf diesen Menschen gewartet und jetzt ist es möglich. Ich habe das Gefühl, deine Seelenliebe, dein Seelenpartner, um den es hier geht. Ihr hattet richtige Schwierigkeiten aufgrund von Ego-Themen. Ja. Vielleicht hat er eine Zeit lang seine Karriere noch priorisiert oder, wie gesagt, irgendwas anderes. Oh, die Zehn der Schwerter zeigen sich. Was hat es damit auf sich? Wieso dreht sie sich wieder um? Das ist ein Ende, was es gab. Ja, du bist jetzt sehr vorsichtig. Ich weiß. Du bist misstrauisch, sagen die Karten. Das bist du hier. Du bist misstrauisch, weil du hast diesen Menschen eigentlich schon abgeschrieben, sagen die Zehn der Schwerter. Hier. Du hast diesen Menschen eigentlich schon aus deinem Leben verbannt. Du hast gesagt, nee, den gibt es nicht mehr. Ja, das mit uns ist kaputt. Das war's. So. Du bist die Königin der Schwerter. Eine Frau, die im Kopf ist. Eine Frau, die eher mit dem Kopf jetzt liebt, anstatt mit dem Herzen. Weil Gefühle, da wurdest du enttäuscht. Gefühle, da hast du gesagt, nein, weg damit. Du hast auch vielleicht die Gefühle für diesen Menschen hinter Gitter gesteckt. Oh, die sind da. Nur du hast sie irgendwo im Keller eingesperrt, die Gefühle. Und so getan. Du hast quasi beschlossen, ihn nicht mehr zu lieben. Wow, aber das funktioniert leider nicht. Ja, wenn die Gefühle da sind, dann sind die Gefühle da. Aber du hast irgendwie beschlossen, nein, den liebe ich nicht mehr. Nein, das mit uns ist vorbei. Nein, den verbanne ich aus meinem Leben. Und dieses Thema holt dich jetzt wieder ein. Da kommt jetzt das Universum, geht in deinen Keller, schließt das Fach auf und holt den Kelch da raus, weil der ist da. Und das kannst du nicht leugnen. Ja, die sind da. Du hast es zwar so getan, das ist so das, was man gesehen hat, dein Sesselchen. Ich habe keine Gefühle mehr, nein. Ich bin stolz. Nein. Wenn der kommt, mache ich ihn noch einen Kopf kürzer hier mit meinem Schwert. Das bist du. Und egal, wie stark du nach außen hin wirkst, da sind diese Gefühle. Keiner sieht sie. Du teilst sie keinem mit. Du hast sie dir selber gegenüber verdrängt oder runtergeschluckt oder weggesperrt. Aber sie sind da. Und die werden jetzt wieder Thema. Kelch. König der Kelche. Du bist sehr vorsichtig und skeptisch geworden. Du hast so eine Grenze vor deinem Herz aufgezogen. Guck mal. Deine Gefühle hinter Gittern. Du hinter Gittern. Du bist ganz vorsichtig, was die Liebe angeht. Oder nur wenn es um diesen Menschen hier geht. Da hast du gesagt, stopp. Ich höre jemanden, den du eigentlich abgeschrieben hast. Der wird jetzt wieder Thema. Vor allem wieder Thema. Auch ganz, ganz wichtig. Okay. Okay oder auch nicht okay. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Was möchte sich hier noch zeigen von den Kipper-Karten? Du und diese Seelenliebe. Was darf ich noch mitteilen? Beschäftigung ist gefallen. Was legt sich auf die Beschäftigung? Trübe Gedanken. Ich habe das Gefühl. Erstmal haben wir hier die Doppelzahlen. Witzig, ne? Guck mal. Die 33 und die 34 ist gefallen. In a row. Ja? Also hintereinander. Ich habe das Gefühl, am meisten denkt ihr beide auf der Arbeit aneinander. Ist sehr, sehr witzig. Entweder zum Beispiel habt ihr den gleichen Job, weil ihr zusammen in einer Firma arbeitet. Oder aber irgendwie gibt es euch einen Grund, auf der Arbeit aneinander zu denken. Zum Beispiel fährt er den ganzen Tag mit dem Handwerker-Bulli rum und kann Musik hören und die Musik erinnert ihn zum Beispiel an dich. Oder aber deine Arbeit hat irgendwas indirekt mit ihm zu tun oder so. Also während der Arbeit denkt ihr aneinander. Ihr zwei. Oh, hier steht Next Level an. Next Level. Nächste Runde höre ich. Nächster Zyklus. Hier geht es weiter. Was wollen uns die Karten noch sagen? Meine wunderschönen Decks. Ich verlinke euch auch alles. Die Arbeit. Ich verlinke euch alles unter dem Video, wollte ich sagen. Hier. Die Arbeit ist gefallen. Dein Gegenüber könnte Anzugträger sein. Könnte aus einer guten, reichen Familie kommen. Könnte jemand sein, der den Rufnamen genießt. Man sieht hier in allen drei Bildern ist dein Gegenüber gesellschaftlich schon sehr etikettiert. Hier so mit Anzug, mit Geld, mit iPhone. Hier auch ein sehr schicker Herr. Vielleicht hat er auch eine sehr schicke Arbeit. Oder einfach er hat sein Leben der Arbeit gewidmet. Vielleicht ist es auch ein Familienunternehmen, kommt mir rein. Er priorisiert das sehr, sehr stark. Ich muss dir was sagen, aber ich weiß nicht wie. Das ist die Nachricht, die dich finden soll. Das ist die Nachricht, die reinflattert. Dieser Mann hat dir was zu sagen. Worum geht es denn in der Nachricht? Worum geht es bei dem Geheimnis? Worum geht es um die Schwierigkeiten in eurer Verbindung? Warum ist es so schwierig? Warum ist da dieser... Wie soll ich das sagen? Dieser Mann fühlt, Stock und Stein werden euch in den Weg gelegt. Dieser Mann sagt, ich bemühe mich so sehr. Ja, also hier, ich kraxe und mache und tue und arbeite und Überstunden und Geld und ich versuche und bla 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 und irgendwie komme ich doch zu nichts. Also da ist so ein Ziel, was er auch erreichen möchte. Und ah, ich höre, dieses Ziel, was er erreichen möchte, was höchstwahrscheinlich mit seiner Arbeit zu tun hat, ist das Problem für eure Beziehung. Ja, versteht ihr? Also das auf seiner Seite in seinem Leben, diese Sache, der er hier hinterher jagt, ist gleichzeitig die Blockade in eurer Verbindung. Und das muss er dir irgendwie erzählen. Darüber muss er mit dir sprechen. Ja, er liebt dich. Ass der Kelche. Jemand möchte nochmal eine Chance mit dir. Eine Chance in der Liebe. Ass. Ein Ass. Davon gibt es vier im Terror, meine Lieben. Und Asse stehen für Chancen. Für Möglichkeiten. Und jemand möchte ein Ass der Kelche mit dir. Das ist das Ass der Liebe. Eine Chance in der Liebe. Er will sich hier erklären, warum er sich vielleicht verhält oder verhalten hat, wie er es getan hat. Und möchte dir jetzt zeigen, dass er ein König der Kelche ist. Ein Mann, der es diesmal ernst meint. Jemand meint es ernst. Höre ich, ja. Du wirst höchstwahrscheinlich schon mal einen Anlauf gehabt haben mit diesen Menschen. Und dann ist etwas kaputt gegangen. Und all das siehst du noch gar nicht, was jetzt hier kommt. Weil du, diesen Schleier. Da ist ein Schleier in deinem Leben. Vielleicht wirst du auch gerade total abgelenkt von etwas. Da ist ein Schleier. Wow. Du siehst es sowieso nicht, weil du hast ihm den Rücken zugekehrt. Dieser Mann denkt tatsächlich noch stärker an dich, als du an ihn. Du hast schon den Blick nach vorne gerichtet. Das ist ja auch sehr schön, ne? Liebe Mädels. Schön nach vorne. Er nicht. Er ist voll im Fühlen. Voll im Thema aktuell. Äh, Orakelbotschaften. Was wollen uns diese wunderschönen Karten hier noch mitgeben? Deine Situation. Was darf ich noch weitergeben? Hier ist die Chance. Da ist die Chance, von der ich sprach. Das Schicksal ist auch mit da. Schaut mal. Schicksal. Und eine Chance. Das Schicksal musste eingreifen. Das, was da geschehen ist zwischen euch beiden, musste passieren, damit diese Chance jetzt zum Wirken kommt. Ja? Hier ist alles offen. Die Würfel werden jetzt neu gemischt. Uuuh. Das ist ja ein Ding. Die Würfel werden neu gemischt. Das ist spannend. Also, wenn du jetzt bisher nur zwei Einsen hattest, ne? Also voll die Niete mit diesem Menschen, dann hast du jetzt nochmal die Chance zu würfeln. Und bumm, vielleicht fallen jetzt zwei Sechsen. Vielleicht kriegst du jetzt hier den Jackpot. Zehne Münzen. Mehr geht nicht im Tarot. Hier will sich was neu auftun. Ich hätte jetzt gerne noch eine Botschaft. Aus diesem Deck. Ich habe das Gefühl, hier geht es heute so stark um dich. Und deswegen hätte ich jetzt gerne eine Botschaft für den Menschen, der zuschaut. Die Person, die mir jetzt gerade zuschaut aus dem Team Sunshine. Oh, und es ist Erzengel Michael gefallen. Wahnsinn. Ich beschütze dich vor niedrigen Energien und wache über dich. Deine Lieben und dein Heim. Mach dir keine Sorgen, du Königin. Du darfst jetzt dein Schwert niederlegen. Ja? Du darfst dein Schwert niederlegen, denn Erzengel Michael trägt schon seines in der Hand. Du musst hier nicht in diese männliche Energie gehen, kommt mir rein. Du bist aktuell stark in deiner männlichen Energie. Ja? Es gibt ja männliche und weibliche Energie. Und wir Frauen sind im Bestfall in unserer weiblichen Energie. Aber es gibt ja Umstände, die erfordern ist, dass wir auf einmal voll die Kämpferinnen werden und die Macherinnen und alles selber in die Hand nehmen. Und alles regeln wollen und uns verteidigen. Wow. Ja. Und dann sind wir in einer männlichen Energie. Ja, und das ist eigentlich gar nicht unsere Natur. Und das kostet Kraft. Und Erzengel Michael möchte dir sagen, fahr runter. Ja? Ich bin da. Ich beschütze dich. Wow. Das ist ja wirklich ein Ding. Worum geht es? Auch hierauf hätte ich gerne eine Botschaft. Worum geht es? Was ist jetzt noch relevant? Ja, Buddha. Ja, alleine das. Tiefe Verbindung. Vertraue auf deine innere Stimme. Vertraue nicht auf dein Schwert. Denn du bist es doch gar nicht gewohnt, ein Schwert in der Hand zu halten. Du machst jetzt gerade, du nimmst hier gerade so eine Rolle ein, sagen die Karten, die dir eigentlich gar nicht so steht. Ja, vielleicht merkst du auch, dass du dich ein bisschen verändert hast. Auch deines Schutzes wegen. Ja, aber ich soll dir sagen, kehre wieder in deine Energie zurück. Es ist so, als hättest du dir so eine Rüstung gekauft bei Teddy, so eine Ritterrüstung und jetzt würdest du so mit dem Schwert vor deiner Haustür stehen. Und jetzt guckst du dich so an und denkst dir so, was mache ich hier eigentlich? Hä? Haben wir Karneval? Also, in letzter Zeit, weiß ich nicht, ist hier jemand mehr und mehr und mehr in so eine neue Rolle gegangen. Hat sich irgendwie in so eine Richtung verändert. Da darfst du jetzt nochmal prüfen, ob das so die Wahrheit ist, ja. Also, dir bewusst werden, wer du bist und auf deine innere Stimme vertrauen. Die leitet dich nämlich, ja. Du musst dich nicht schützen. Das macht das Universum. Das macht Erzengel Michael in dem Sinne. Ihr versteht, was ich versuche in Bildern zu sprechen. Du darfst jetzt hier wieder in deine tiefe Verbindung gehen. Ich habe nämlich das Gefühl, es geht hier wirklich um deinen Charakter. Aber mir fällt das ganz schwer, in Worte zu fassen. Es geht hier um deinen Charakter. Du bist so stark auf einmal geworden und so kalt. Und ja, jetzt ist mir alles egal. Und ich fühle gar nichts mehr. Und nein, das interessiert mich gar nicht. Ich habe das sehr, ich bin da durch. Ja, ja. Also, du bist hier in so eine künstliche Stärke gegangen, kommt mir rein. Und jetzt ist es Zeit, wieder in deine weibliche Intuition zu kommen, ja. Und dazu gehört auch mal zu weinen. Weiblichkeit, Femininität, das ist weinen, verletzlich sein, ja. Über die Sorgen und Ängste zu sprechen, statt sie einfach stark und maskulin runterzuschlucken. Ja, Team Sunshine, ihr versteht, worum es mir geht. Deine Engel möchten dich hier erinnern, ja. Atme durch, atme durch. Abschließend hätte ich gerne eine Botschaft für dich von den Engeln höchstpersönlich. Ein Rat, ein Tipp, ein Hinweis. Da ist was hinterm Schleier, das du nicht kommen siehst. Doch es findet dich schon ganz, ganz bald. Und ich habe das Gefühl, diese feminine Energie ist wichtig, damit du das empfangen kannst. Denn wenn du mit einer Rüstung draußen vor der Tür stehst, ja, dann stößt du diese Energie von dir weg. Meine Lieblingskarte ist gefallen. Ah, meine Lieblingskarte aus dem gesamten Deck ist gefallen. Ich liebe diesen Engel. Es gibt etwas Besseres, sagt auch dieser Engel. Es gibt etwas Besseres, als das, was jetzt gerade der Fall ist. Und das ist genau die Energie, die hier transportiert wird. Es gibt etwas Besseres, als jetzt dein Leben lang die starke Königin der Schwerter zu sein, die niemandem mehr vertraut, jetzt ihr Leben lang Angst hat vor Gefühlen und sich auf niemanden mehr einlässt, weil sie ist jetzt hier die starke Frau. Es gibt was Besseres. Es gibt eine andere Option. Ja, und dem darfst du dir bewusst werden. Auch, dass du mit diesem Menschen hier eine ganz, ganz tiefe Verbindung hast. Und das geht weit über das Ego, über das 3D hinaus. Ja. Ihr kommuniziert auf ganz andere Art und Weise. Nicht nur hier im 3D, was man anfassen kann, sondern ihr kommuniziert, wie gesagt, im 5D. Die WLAN-Strahlen, die man nicht sieht. Mädels, seid euch dem bitte, bitte bewusst. Ja. Das ist die Botschaft heute für dich, die dich finden durfte in diesem Moment. Ja. Und das war meine Energie für euch. Team Sunshine. Ich habe euch unendlich doll lieb. Ich sage es euch jedes Mal, aber es ist so. Es kommt von tiefem Herzen. Ich freue mich über eure Kommentare, die ihr da lasst. Da habe ich immer das Gefühl, oh, guck mal, das ist mein Team Sunshine, wenn ich eure Namen lese und die Profilbilder sehe. Das freut mich. Ihr glaubt gar nicht, wie mich das freut. Ich like jeden Abend auch die Kommentare von euch. Und ja, da freue ich mich auch heute drauf. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne Kanalmitglied werden, ja. Da könnt ihr nämlich dann am Wochenende auch Videos von mir sehen auf YouTube. Morgen zum Beispiel großes Seelenpartner-Orakel, was ich dann lege. Ja. Wenn ihr Lust habt, seid ihr dabei. Und ansonsten abonniert gerne meinen Kanal, dann sehen wir uns am Montag wieder. Ne. Als normales Abo. Es gibt aber halt auch noch das Kanalmitglied-Abo. Das ist kostenpflichtig. Und dafür bekommt man dann einen Monat lang am Wochenende auch die Videos. Also, macht was immer ihr möchtet. Ja, es kommt eh, wie es kommt. Und in diesem Sinne, fühlt euch gedrückt, Team Sunshine. Ich bin die Sunny. Und niemals vergessen, Mädels, always smile and shine.